Mein Name ist Sabrina Mewes-Bruchholz. Ich leite das Quartiersbüro der Pfeiferschen Stiftung im Milchweg in Magdeburg. Menschen, die sich für andere engagieren, stärken das Gemeinwesen. Sie übernehmen Verantwortung und schaffen so ein solidarisches Miteinander. Die Deutsche Fernsehl-Lotterie unterstützt bundesweit die Arbeit in Nachbarschaftsprojekten und das finde ich klasse. Jetzt wünsche ich allen Mitspielern mit einem Megalos viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megaloser mit den Endziffern 06. 1000 Euro fallen auf die 7638, 10.000 Euro auf die 33805, 100.000 Euro auf die 506755 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megaloser mit den Endziffern 0183218. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!